Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 29.04.2019. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein und da haben wir wieder eine neue Lackierung vom BestiCore. So, also, fangen wir auf der rechten Seite an mit den guten Sachen. Hier haben wir als allererstes mal den Boneless. Das Ding ist einfach nur mega kultig und der Boneless erinnert mich immer so ein bisschen an Vikings. Warum wohl? Warum wohl? Warum wohl? Warum wohl? So, also, die Leute, die Vikings gerne gesehen haben, wissen schon Bescheid. So, dann schauen wir doch mal hier rein. Wie schaut's denn aus? Das ist der Boneless. 4,33 von... Achso, meine Note. Natürlich 9 von 10. Hier haben wir 4,33 von 5 bei 21 Votes. Am 6. Mai 2018 das erste Mal drin gewesen seit dem 9 Mal für 500 V-Bucks. Der Boneless Knochen los. Dann haben wir den Schnorchel Ops. Snorkel Ops. Für 1200 V-Bucks. Sorry, Leute, aber wer hat denn tatsächlich Bock mit einem Schnorchel hier irgendwo da rumzurennen? Ich finde den nicht wirklich prickelnd. Kriegt von mir 4 von 10. Der ist Snorkel Ops. Ich weiß, das Ding ist hammerbeliebt, aber ganz ehrlich, auf der Map habe ich ihn noch nicht gesehen. Also, so, hier haben wir 4,38 von 5 bei 52 Votes. Am 19. Februar 2018 das erste Mal drin gewesen seitdem. 122 mal 162 Reminders. So, dann haben wir den Wolkenschlag. Ja, das Besondere an diesem Gleiter ist, dass eben da oben dieser Blitz animiert drauf ist. Es ist aber trotz allem ein Standardgleiter. Und ihr wisst, Standardgleiter finde ich persönlich jetzt nicht so unfassbar prickelnd. Aber egal. Also, wir gucken jetzt mal hier rein. Wir haben jetzt da den Cloudstrike. Und der Cloudstrike kriegt von mir, ja, was gebe ich dem denn? Ach, komm, ich gebe dem 5 von 10. Bin jetzt kein großer Fan von Standardgleitern, aber ist okay. 3,74 von 5 bei 27 Votes. Am 14. Januar 2018 das erste Mal drin gewesen. 25 Mal seitdem 31 Reminders für 1200 V-Bucks der Wolkenschlag. Dann haben wir diese Kuppelhacke. Das ist ein Gaspedal. Und hier mit einer Kette. Und da unten ist dann auch tatsächlich so eine Billard 8 als Schaltknüppel. Ja, das Ding, ja, ich finde das nicht so wirklich prickelnd. Sieht jetzt nicht ganz so schlecht, aber auch nicht so besonders toll. 5 von 10. 800 V-Bucks für die Kuppelhacke. Das ist dann hier, wo ist es denn? Die Clutch-X. Und die Clutch-X hat hier momentan 3,57 von 5 bei 7 Votes. Am 3. August 2018 ist das erst mal drin gewesen. Seitdem 7 Mal... Ne, 7 Reminders, was war das jetzt? Muss ich nochmal gucken. Moment, haben wir gleich. So, das waren das... Ne, 7 Reminders, 6 Mal war es drin gewesen. Ich bringe schon wieder alles durcheinander. So, dann haben wir den Smooth Moves. Absoluter Kult-Emote. Für 800 V-Bucks. Einer der kultigsten Emotes des Spiels. Smooth Moves. Für 800 V-Bucks. Kriegt von mir 10 von 10. Das Ding ist einfach kultig. So, Smooth Moves. Und da haben wir momentan hier 4,63 von 5 bei 75 Votes. Am 1. Oktober 2018 ist das erst mal drin gewesen. Neun Mal seitdem. Und 332 Reminders. Dann haben wir den Abstract. Und der Abstract... oder Abstract ist ein epischer Skin. Hier so ein Sprayer. Find den... Ja, ist okay. Ist jetzt aber auch nicht so ein Ober-Mega-Briller für 1500 V-Bucks. Das Ding kriegt von mir. 5 von 10. Ja, das sind alles momentan nicht so die Hammer-Teile jetzt momentan drin. Aber gut. 3,38 von 5 bei 55 Votes. Am 13. Mai 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 12 mal 51 Reminders. So, dann sind wir bei der dunklen Vorhut. Oder Dark Vengeance, glaube ich. Müssen wir mal gucken, wie das Ding genau heißt. Ähm, ich weiß. Abher sofort war früher absoluter Fan von dem Ding. Ja, ja, da hinten... Der Backpack sieht allerdings echt ganz cool aus, muss ich sagen. Ähm, dunkle Vorhut. Ein legendärer Skin für 2000 V-Bucks. Kriegt von mir... Ja, wie soll es anders sein heute? 5 von 10. Ich weiß... Ich vermute, der wird jetzt auch ziemlich... ziemlich beliebt sein. Aber gucken wir mal. Dark Vanguard heißt das Ding. Ähm... 3,93 von 5 bei 109 Votes. Am 8. April 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Seitdem 13 mal 120 Reminders. Dann haben wir das Weltraumlandegerät. Ja, das ist so ein Space Shuttle hier. Das Teil, finde ich, sieht richtig cool aus. Und jetzt gibt es mal endlich wieder eine gute Note von meiner Seite. Hier gibt es von mir 8 von 10. Für das Weltraumlandegerät. Für das Weltraumlandegerät. Das ist der Deep Space Lander. Und der hat hier 4,63 von 5 bei 30 Votes. Am 8. April... Ja klar, so wie das andere... 13 Mal drin gewesen. 55 Reminders. Dann gibt es das Teil nochmal als Weltraum Shuttle. In Grau... In Grau... Auch hier sieht echt nice aus, das Ding. Ich persönlich finde das Schöne. Ich weiß aber, die meisten von euch finden die dunkle Version besser. Deswegen kriegt das von mir 9 von 10. Und das ist jetzt genau umgekehrt. Hier haben wir tatsächlich 3,46 von 5 bei 13 Votes. 13 Mal drin gewesen. Und 13 Reminders. Das ist auch geil. 13 Votes, 13 Mal drin, 13 Reminders. Okay. Also. Dann sind wir hier auch schon durch mit dem Teil. Dann kommen wir hier zu diesen... Ich finde diese Teile einfach nur Schreck. Äußerst schrecklich. Ich finde die so schrecklich. Also. Gefällt mir überhaupt nicht. Keins davon gefällt mir. Und das einzig Gute daran, dass man für 1500 V-Bucks eben 4 von diesen Skins bekommt. Ich glaube, das macht die ganze Sache. Allerdings für meinen Geschmack nicht wirklich besser. Ich glaube, das Beste sind hier tatsächlich die Backpacks. So, mal ganz kurz gucken. Da, der, der. Ne, die sehen alle irgendwie... Naja. Die Backpacks finde ich gar nicht mal so schlecht. Der Rest ist ziemlich erschrott. Ähm. Ja, was soll ich dazu sagen? Die Teile kriegen von mir. V6. Die Teile kriegen von mir. Ähm. Blum, 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 blum. Also, wenn ich den, würde ich 2 geben. Den Backpacks würde ich 6 geben. Dann sind wir irgendwo... Von mir aus gebe ich den 3. Mehr kann ich diesen Teilen nicht. Ich finde die schrecklich. Beast Mode. Grausam. Ja. So, dann gucken wir doch mal da rein. Wie sieht es aus beim Beast Mode oder Besti Core? Und ja. Bestätigt sich. 2,71 von 5 bei 35 Votes. Am 24. März 2019 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 3 mal 20 Reminders. Das ist nix. So, dann haben wir jetzt der Fleischer. Denn hier muss ich sagen, diese Picke, eben gerade habt ihr sie schön gesehen, die hier mit der Kettensäge, finde ich persönlich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Das Teil finde ich ganz witzig. Ich bin die ganze Zeit am überlegen, an was mich das erinnert. Da gab es damals diesen komischen gelben Vogel. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr wisst, was ich meine. Und der hatte auch so, das war glaube ich bei, das war bei Snoopy. Müsste ich mal gucken, bei Snoopy gab es so einen gelben Vogel, an den erinnert mich diese Picke hier irgendwie. Schreib mal rein, wie der hieß. Wäre cool, wäre ich euch sehr dankbar. So, die Picken finde ich wirklich ziemlich cool. Vor allem diese hier, muss ich echt sagen. Und deswegen kriegen diese Picken der Zerfleischer. Die hören hier sich eigentlich an. Kriegen von mir 7 von 10. Mauler. Die haben trotzdem genauso schlechte Noten von euch bekommen. 2,62 von 5 bei 21 Votes. Dreimal drin gewesen, nur 4 Reminders. Also besonders gut angekommen sind die Dinger bei euch nicht. So, dann haben wir diesen Benzingleiter, den Fuel. Und ja, das ist auch hier so, ähm... Ja, ich fühle mich ein bisschen an Star Wars, ne? So ein klein wenig da an die Pots, an die Pottrennen. Benzin. Da ich ein riesen Star Wars Fan bin, kriegt deswegen von mir 7 von 10 auch die Grotten schlechte Bewertungen bekommen. Also da habt ihr wirklich einen Kahlschlag gemacht bei den Teilen. Einmal querbeet durch schlecht bewertet. 2,24 von 5 bei 17 Votes. So, und dann kommen wir jetzt zu dem neuen Item, das ist heute im Shop. Ich befürchte schon das Allerschlimmste. 4 neue Lackierungen für 600 V-Bucks. Also 600 V-Bucks ist schon gewaltig, muss man sagen. Normalerweise kostet die Lackierung ja 200 oder 300 V-Bucks. Gut, es sind jetzt 4 Stück. Das heißt also, mach eine Schnäppche, ne? Würde man so schön sagen, eine Schnäppche gemacht. Weil jede einzelne würde 200 V-Bucks kosten. Aber ganz ehrlich, du machst nur dann ein Schnäppchen, wenn du dir die auch wirklich alle holen würdest. Und ich schaue mir jetzt mal diese Teile der Reihe nach an. Ich glaube nicht, dass da irgendwas... Oh gut, das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Ist okay. Oh, das sieht eigentlich ganz gut aus. Das sieht eigentlich auch ganz gut aus. Oh. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Also, kann ich mich mit anfreunden. So, wie sieht das hier aus? Oh, da sieht die Kanone eigentlich ganz nett aus. Oh. Oh. Das finde ich wiederum... Ich finde diese Kombination mit dem Schwarz eigentlich echt ganz nice. Auch die Sniper ist okay. Ah. Okay. Jetzt gucken wir mal bei dem Ding hier. Oh. Eigentlich ganz gut. Ja gut, okay. Jetzt da sind die Rifles. Die Pumps auch nicht so schön. SMG, naja, nee. Das gefällt mir auch nicht wirklich. Jetzt hier bei der Diegel. Das wäre okay. Auch der Bogen sieht eigentlich ganz nice aus. Und als allerletztes... Oh, das sieht aber gut aus, finde ich. Das nicht wirklich. Das auch nicht so wirklich. Hier, das sieht wieder ganz gut aus. Also... Hm. Na ja. Ja. Hier beim Bogen sieht es wieder ganz cool aus. Also, ja, ist absolute Geschmackssache. Ich sage es mal so. Ich finde, für meinen Geschmack sind 600 V-Bucks für das zu viel. Ja. Weil ich glaube nicht, dass man sich jede Lackierung hier geholt hätte von diesen Vieren. Und deswegen bin... Das drückt jetzt meine Note von diesen Lackierungen ein Stück weit runter. Aber für 600 V-Bucks, da kann man sich ganz andere Sachen holen. Ähm. Ja. Gebe ich den... 4 von 10. 4 von 10. Ist jetzt nicht der Oberhammer. Es waren ein paar ganz nette Sachen dazwischen. Aber für 600 V-Bucks, sorry, Epic Games. Das ist... Das ist zu much. Ähm. Jo. Dann würde ich sagen... Gucken wir mal ganz kurz rein, ob es dafür auch schon... Oh. Ich will ja familienfreundlich bleiben. Also. Ähm. Hier haben wir einen von 5. Bei nur einem einzigen Vote. Und nur 4 Reminders. Also das ist... Jo. Ich würde mal sagen, eine unterirdische Bewertung. Aber gut. Ist jetzt auch, wie gesagt, für 600 V-Bucks nicht so der Knaller. Also für 600 V-Bucks. Da kannst du schon ganz andere geile Sachen dir holen. Also wenn es euch heute gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal. Und schaltet es jetzt mal an, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News. Mit mir, dem Herrn Gleich. Schaut rein. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss. Und dann... Dann die Louisiana.